Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines mit mir in dem Dre hier auf dem Kanal The Nerd and Way of Life. Es geht endlich weiter, ja, nachdem ihr am Wochenende so verwöhnt wurdet mit zwei Folgen am Tag. Kann man das verwöhnen nennen oder soll man das bestrafen nennen? Naja, bestrafen kann man es nicht nennen, weil ihr müsst ja nicht gucken, wenn ihr nicht wollt. Geht's jetzt am Montag, es ist endlich Montag. Weiter. Ich nehme hier mal die Ampel weg. Ich bin echt versucht, überall Kreisel zu setzen, aber es geht leider nicht überall. Was ist denn nur los? Overground, underground, was? Man kann sogar Ampeln am Overground und Underground wegnehmen oder was? Am Ende am Overground und Underground? Ach ja, klar, an den U-Bahn, ja, okay, cool. Ähm, hatte ich was, worauf ich hinaus wollte? Weiß ich nicht mehr. Es geht weiter mit City Skylines. Äh, seht ihr ja selber. Muss ich nicht sagen. Ach, Krankenhaus. Nee, hab ich. Krankenhaus hab ich. Aber da oben tatsächlich ein bisschen wenig. Was ist da los? Wieso ist die Krankenhausanbindung hier so schlecht? Hier ist ein Krankenhaus und da. Muss ich da etwa noch eine kleine Arztpraxis hinsetzen, oder was? Hier brauchen wir nicht, okay. Sonst ist alles gut. Hier so ein bisschen. Kaufen wir jetzt ein neues Land. Nee, möchte ich noch nicht. Bitte möchte ich noch nicht. Ich möchte jetzt hier erstmal so eine kleine Arztpraxis hinsetzen. Ist das okay. Ich setze jetzt hier so mal eine kleine Arztpraxis. So, wir laufen auf einfache Geschwindigkeit. Na gut, das verbessert sich jetzt nicht unbedingt. Na gut, dann ist das schon. Zufriedenheit. Äh, die Leute sind alle vollkommen zufrieden. Was hast du für ein scheiß Problem? Da wohnt keiner. Wieso wohnt denn da keiner? Wieso wohnt denn da keiner? Wir sind eigentlich zufrieden. Okay, was haben wir hier? Ebenen, verstehe ich nicht. Wind, interessiert uns nicht. Verschmutzung. Ja, Verschmutzung kann man mit leben. Ja, der Verkehr. Darf man gar nicht so drauf achten. Hier wäre ein Kreisel tatsächlich nicht so verkehrt. Aber wenn man es nicht sieht, ist es nicht da, ne? Hier könnte man auch ein Kreisel setzen. Guck mal, jetzt habe ich hier oben das tatsächlich entlastet. Zum Ungunsten dieser Stelle. Hier könnte man auch nochmal überlegen, ob man hier vielleicht direkt, aber nö. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Ist aber eigentlich wie immer alles in allem. Ja, das ist natürlich, äh. Das könnte tatsächlich, hm. Vielleicht wäre es nicht blöd, hier in Kreisel zu sitzen. Das würde natürlich einiges an Zeit fressen, die wir natürlich nicht haben. Wie sieht es aus mit Lärmbelästigung? Oh, 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 oh. Gott, oh, 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 Gott. Äh, ja, ein Gebäude steht in Flammen, aber wir haben eigentlich überall ausreichend Feuerwehr abgedeckt. Selbst hier unten habe ich eine Feuerwehr gesetzt. Das ist eigentlich noch vertrag, vertretbar. Kriminalität. Überall gut. Es gibt keine erhöhte Kriminalität. Nahverkehr oder öffentlicher Verkehr. Behaupte ich jetzt einfach mal, ist gut. Kann man mit leben. Vielleicht sollte man noch eine direkte Verbindung hier unten schaffen. Von hier nach da unten. Gibt es überhaupt eine richtige Verbindung von da nach da? Nee, eigentlich gar nicht, ne? Selbst von hier nach da gibt es keine. Es gibt eine, gibt es hier, nicht mal hier gibt es eine rüber. Was ist das denn? Okay, Kreisel bauen und dann kümmere ich mich da drum. Was ist das? Ausgehende Verbindung? Äh. Bevölkerung. Was? Ach, Türkis ist Senioren. Senioren haben wir nicht so viel. Öh, okay. Bodenrichtwert. Ja. Die Zentren sind eigentlich immer sehr gut. Wie sieht es hier aus? Ach genau, ich wollte irgendwann nochmal Öl fördern, aber Öl, um Öl zu fördern, muss man natürlich Öl fordern. Und hier sind ja nur Erze. Haben wir überhaupt Öl? Ist insgesamt, ich glaube hier haben wir, ich glaube es gibt gar kein Öl, oder? Also doch da, hier. Da ist Öl und da oben auch. Ah, okay. Ist mal so ein bisschen unter den Wäldern versteckt. Drüben nicht, ne? Nur da oben. Na gut. Ähm. Was ist das? Achso, das sind die Stadtviertel. Und die Freizeitmöglichkeiten sind eigentlich auch genug. So. Wo hatte ich gesagt? Hier. Hier muss ein Kreisel hin. Definitiv muss hier ein Kreisel hin. Dafür muss die Uni verschoben werden. Muss die Uni verschoben werden? Ja, die Uni muss versch... Oder? Muss die Uni verschoben werden? Ich könnte auch einfach hier die Straße dann darüber ziehen und einfach hier den Kreisel setzen. Dann muss ich die Uni nicht unbedingt verschieben. Ups. Ähm. Oder? Oh, die Nachfrage steigt gerade. Die Anfrage. Die Anfragen nach... So. Wieso ist das eigentlich alles so blau hier? Kreisel. Wie setze ich hier jetzt einen Kreisel? Ich mach mal kurz auf Pause. So, holen wir den raus. Wir können auch mal ganz kurz gucken, was gibt's denn hier noch so geil? Das Ding könnte man... Oh, du Scheiße. Ne, vergiss es. Das Ding könnte man nicht setzen. Aber das eigentlich. Auch nicht. Ist einfach eigentlich viel zu groß. Das ist der kleine... Ne, das ist... Ach, das ist schon der große. Ja gut, den setze ich hier hin. Klar, warum nicht? Den setze ich hier so mitten rein, wa? Wieder das Problem, dass die ausgehenden... Dass die Anbindungen, die da schon dran sind, jetzt voll im Weg sind. Was hat mich hier eigentlich... Ach, das waren diese Blätter, genau. Die sind eigentlich ganz geil. Aber so ein crazy Kram kann ich auch selber bauen. Naja, ich werde jetzt hier so ein... Wie krieg ich den da denn am besten hin? Dass er da... Ohne große... Ohne große Mühen jetzt hier so direkt hingesetzt werden kann. Und vor allem, wie... Binde ich ihn an? Macht das überhaupt Sinn? Soll ich da... Überhaupt ein Kreisel hinsetzen? Soll ich vielleicht... Naja, dann muss ich einiges an Wohngebieten einreißen. Das ist ja auch scheiße. Eigentlich viel zu dicht an der Autobahn gebaut. Und nicht sehr überlegt. Normalerweise müsste ich nämlich hier so ein Autobahnkreuz bauen, was ich auch hier habe. Das in beide Richtungen abgeht. Weil sie ja hier... Na gut, ich könnte auch einfach dieses Abgehen da ran bauen. Oder? Kann ich doch machen, ne? Das hier muss auf jeden Fall weg. Das ist scheiße. Wenn ich da einen kleinen Kreisel nur hinsetze. Reißen wir hier mal... Ups. Reißen wir hier mal... Das wird jetzt erstmal einfach abgerissen hier. Kleiner Kreisel. Großer Kreisel. Da habe ich da eine, da eine, da eine. Das sind zu viele Anbindungen. Ich mach's einfach. Einfach machen. Wie Shia LaBeouf sagen würde. Kennt ihr dieses Motivationsvideo von Shia LaBeouf? Oh shit, die Uni ist jetzt doch im Weg, ne? Nein, ich hab nicht so... Kack, Uni immer, ey. Just do it! Jetzt ist das da unten im Weg. Oh Gott, habe ich gespeichert? Ich hoffe doch. Was ist denn jetzt noch im Weg? Was? Das Gebäude muss neben einer Straße gebaut werden? Willst du mich verflachsen? Was für ein Gebäude muss hier neben der Straße gebaut werden? Ich seh's nicht. Was ist im Weg? Was ist hier im Weg? Sag es doch einfach. Was ist hier im Weg? Ich seh's nicht. Echt nicht. Ist das... Was ist das hier? Ist das was, was ich... Ist das was? Das ist eine Oberschule. Okay. Okay, ich hab's gesehen. Schreib mich nie an, ich hab's gesehen. Die setz ich jetzt mal da hin. Oh Gott, ich mach's jetzt alles nur noch schlimmer. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das kann man lassen. Oh Gott, bitte schreib mich nicht an in den Kommentaren. Ja, ja, ich seh's schon kommen. Du Idiot! Was machst du denn da? Das war doch okay. Also es war nicht okay, aber es war nicht... Es war besser als das, was du jetzt machst. Das glaub ich nicht. Jemand, den ihr auch kennt, weil ich ihn öfter mal erwähne, weil er mir ständig Tipps gibt, hat mir mal gesagt, ich soll nicht mehr als vier Anbindungen an so einen Kreisel bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hab ich hier oben angefangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fast doppelt so viel. Stell dich nicht so an. Weil ich sah ihn jetzt wieder im Weg. Ach, der Park. Okay. Den Park kann man aber ein Stück rüberziehen. Dann würde ich nämlich diese Anbindung abreißen. Genau wie diese. Die würde ich gerne stehen lassen und die auch. Die würde ich gerne abreißen. Dafür dann... Na, ist natürlich jetzt doof. Dafür dann... Ach, das sind welche mit Bäumen auch noch, ne? Ja, okay. So. Genau, den Park muss ich einmal ganz kurz verschieben. Da bin ich einmal kurz verschieben, hätte man hier. Oh, mal ganz kurz verschieben. Und da einmal eine Kreuzung anbänden. Dann räuscht das die Kurve hier wieder weg. Und dann muss ich da reinbauen. Dadurch entsteht hier nämlich dann keine Kreuzung, sondern... Äh, halt nur eine Kurve. Verbinden wir das nämlich damit. Und das dann noch damit. Dann schaffen wir hier noch eine Kreuzung. Nee, direkt da wäre doof. Ah, hier eine. Damit sie nicht komplett nach außen rumfahren müssen, sondern auch hier so hoch. Und dann sind sie da, wo sie denn wollen. Hoffentlich. Hier haben wir die Anbindung geschaffen. Ich sag schon, wie, obwohl halt ich ganz alleine war. Ihr werdet gleich verschwinden. Also, nicht ihr, sondern, ne? Hier haben wir nur da eine Anbindung. Da möchte ich hier wieder nur eine Kreuzung setzen. Und, ja, eigentlich hätte ich das gerne da auch noch mit verbunden. Weil ich hier eigentlich verhindern möchte, da noch eine Kreuzung, aber... Mach ich jetzt einfach mal. Und zieh die dann da runter, damit ich hier wieder Gebäude hinsetzen kann. Äh, genauso wie hier. Und ich glaube... Ich glaube, dann kann man das so lassen. Hier noch wieder Bürogebäude hinsetzen. Ja. Auch da, wo keine waren. Ah, da noch ein. Und da noch was. Ja, ne? Dann hier ein bisschen dicht besiedeltes... Werbegebiet. Oh, das ist hier schon... Das sind wieder Wohngebäude. Egal. Das ist die Uni. Da setze ich dann gleich ein paar Bäumchen hin. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Hier machen wir Werbegebiet hin. Wieso? Falls ich die Straßen abgerissen hatte. Na gut, okay. Dann ist das so. Und dann ist hier einen schönen Kreisel entstanden, nicht wahr? Strom habt ihr doch, oder? Solltet ihr hier oben drüber Strom haben, ja. Dann kann ich die Stromleitung doch wieder abreißen, oder wie sieht das aus? Direkt viel schöner. Die können dann auch weg, oder? Ah, weiß ich jetzt nicht. Nein, kann nicht weg. Ah! Halt! Zurückgängig. Steuerung Z. Ich muss hier vielleicht mal echt... Einfach nur... Wo ist es am kürzesten? Einfach hier einmal rüber. Da fällt es auch nicht auf. So, dann ist das nämlich verbunden. Ach so, das Ding. Das ist das Busdepot. Das steht hier noch alleine. Kann ich das nicht... Ja, und der Friedhof steht hier auch alleine. Ich möchte gerne die Stromleitungen da weg haben. Das sieht hässlich aus. Was? Was, was, was? Das ist Quatsch. Ihr seid doch hier ange... Oh Gott! Wieso? Ich habe euch doch hier angebunden. Bitte! Noch mal auf Pause. Warum? Jetzt ist selbst hier oben kein Strom. Ach du Scheiße, Alter. Na gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann lasse ich das so. Dann ist es halt so. So. Aber das hier kann ich wegmachen, ja? Was? Oh Gott, das ist die Stromverbindung dahin? Wollt ihr mich verarschen? Das ist voll hässlich, Alter. Wieso gibt es hier noch keine vernünftige Stromverbindung damit? Naja, okay. Egal, bevor ich da jetzt noch irgendetwas verschlimmen besser... Apropos verschlimmen bessern. Wie sieht es denn hier jetzt mit der Verkehrsauslastung aus? Kann man das besser nennen? Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Ich rede mir das jetzt ein. Hier sind immer noch zwei Kreuzungen jeweils, aber das ist dann halt so. Vor allem, wenn ich die jetzt wegnehmen würde, würde sich das nach hier oben verlagern. Also das ist im Endeffekt dann egal. Ja, hier ist natürlich ordentlich Action. Die man... Ha! Das mache ich jetzt einfach mal. Die man unterbinden kann. Indem man sagt... Ist das hier ein Park? Ja, ne? Das ist dann nicht so cool. Indem man sagt... Ja, ich muss den Park versetzen. Indem man einfach sagt, ich hätte hier ganz gerne eine Einbahnstraße nach dahin. Und... Ich habe keine Ahnung, wie ich die gesetzt habe. Ich riskiere es einfach mal. Genau, falsch rum. Na gut. Dann reise ich die einfach wieder ab. Und mache es einfach andersrum. Ach so, okay. Ja, ja. Das regelt sich jetzt gleich. Hoffentlich. Einmal rüber und einmal zurück. Mal sehen, das müsste sich jetzt... Es staut sich jetzt gerade, weil die Autos dann natürlich quer stehen, weil sie... sich drehen müssen... Ist das ein Motorrad? Tatsächlich. Gute Roller. Cool. Geht nach Superstore. Der Laden für alles. Besitzer Anna Heincock. Ungebildeter Erwachsener. Ja, so fährt er auch. Tourist. Fährt nach Superstore. Der Laden für alles. Und ist happy. Das ist auch cool. Krass. Boah, hier ist richtig, was los, wa? Geil. Schau mal so ein bisschen beobachten jetzt hier. Ja, eigentlich müsste man selbst hier einen Kreisel hinsetzen. Einen kleinen. Obwohl ich glaube, dass es ganz okay ist. Wie sieht es denn aus? Ja. Ziemlich viel Action, wa? Wenn man dann der Ampel wegnimmt, was passiert dann mit euch? Dann fahrt ihr einfach rein. Sehr gut. Und hier auch. Dann müsste man sie hier oben eigentlich auch wegnehmen, aber da... Da lasse ich sie jetzt einfach mal so. So, das lassen wir jetzt genau einfach mal so, wie es ist. Und gucken mal, was denn die... Wie hießen die Hügel nochmal? Hügelhöhen. Hügelhöhen machen. Die Hügelhöhen wachsen. Geil. Mann, warum kann man die Kamera denn nicht so ein bisschen langsamer bewegen? Kann man bestimmt einstellen. Wird mir wahrscheinlich auch jemand sagen jetzt. Dankeschön. Ja, das sind die Hügelhöhen. Richtig schönes Hochhausgebiet geworden. So, wie ich es eigentlich haben wollte. Hier ist der kleine Vorort sozusagen, der aber schon mit der Abgrenzung hier, der Hochhäuser, andeutet, dass es dahinter wild weitergeht. Und hier wird fleißig noch gebaut. Es sind auch noch genügend Baugrundstücke zur Verfügung. Aber es wird immer noch nach Gewerbe und tatsächlich jetzt auch nach Industrie gefragt. Industrie muss ich mal gucken. Ich glaube, ich werde, genau, ich werde nämlich dann einfach mal hier, das Ding hier komplett voll mit Hochhausindustrie- oder Bürogebäuden halt setzen. Damit wir nicht nur hier hinten Büros haben, sondern auch bei den Hügelhöhen. Wald. Wald. Der Wald greift an. Hier müssen wir noch ein paar rein. Das verstehe ich nicht, warum er da nicht einfach auch dann Bäume reinsetzt. Kann man da eigentlich, wo haben wir die? Da. Ne, muss man auch an der Straße bauen, ne? Schade. Man könnte hier so schön einfach einen Park mitten reinsetzen, aber nö, er muss ja an der Straße liegen. Blöd. Finde ich blöd. Oder hier so ein... Das wäre geil, ey. Die Achterbahn einfach hier so mitten rein. Einfach so. Einfach, weil es geht. Aber es geht ja nicht. Ne, die Achterbahn setze ich jetzt nicht. Das ist Quatsch. Das ist albern. Das ist kindisch. Und sowas machen wir hier nicht. Das ist ein Krematorium. Deswegen kann ich hier keine Straße sitzen. Gut gemacht. Aber ich kann das Krematorium versetzen. Und kann dann hier, da, meine Straße sitzen. Gut gemacht. Das Windrad ist mitten im Weg. Ja, jetzt ist die Stromanbindung vom Solarkraftwerk weg. Aber es scheint niemanden zu stören. Okay. Kurz nachgeguckt. Weiter. Ja, es reicht mir. Bürogebäude einmal bitte komplett mit Bürogebäuden. Voll flastern. Vielen Dank. Vielen Dank und kommen Sie bald wieder. Hier auch noch? Warum nicht? Ich mache mir die Straße hier noch ein bisschen mit der Bäumskins. Ne, hier so. Das ist das Einbahnstraße ausgemacht. So. Und da sprießen sie die Bürogebäude. Das ist super geil. Direkt neben dem Wind. Entschuldigung. Neben dem Windkraftwerk. Ich beobachte das einfach mal. Und machen wir meine nächste Flasche. Oh, Wasser. Wasser ist das Stichwort. Ja, wo ich gerade aufgestoßen habe. Und ich ja vorher schon über Wasser geredet habe. Und ich ja gesagt habe, dass ich nur Wasser mit stillem Wasser trinke. Ähm. Genau. Gerade beim Zocken, also beim Reden, wäre das ja sehr unpraktisch, wenn man dann auch noch Kohlensäure im Magen hat. Ich meine, ich muss so oder so ab und zu mal aufstoßen. Und wenn dann auch noch Kohlensäure in meinem Wasser mit drin wäre, wäre natürlich maximal unpraktisch. Wieso stelle ich das immer von dem verdammten Monitor? Bin ich jetzt Mikrofon gekommen? Entschuldigung. Oder? Kann auch so sein, dass das einfach so wackelt. Wieso braucht ihr denn jetzt so verdammt viel Gewerbegebiet? Seid ihr bekloppt? Wo soll ich denn das noch hinsetzen? Beziehungsweise, wo hättet ihr das denn gerne? Äh, guten Tag. Wo hätten sie denn gerne das Gewerbegebiet? Ich hätte sonst nämlich gesagt, dass ich einfach mal so ein lecker Sträschchen hier so runterziehen. Niemann, da ist doof. Ziehen wir das hier so runter? Oh Gott, was baue ich mir denn jetzt hier zusammen? So. Ja, ich bin am überlegen. Ihr merkt es wieder. Ich sage nichts. Ich sage da nichts zu. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und dann setzen wir hier einfach mal so ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Wenn sie das haben wollen, sollen sie das kriegen. Soll mir recht sein. Ich finde es nicht gut. Aber wenn sie es haben wollen, sollen sie es kriegen. Halt, nein, da nicht. Da nicht. Hier kommt zur Not noch Müllverbrennung ran. Genau wie hier. Und da auch. Und hier vielleicht auch. Aber dafür könnt ihr dann das hier haben. Von mir aus könnt ihr das dann da haben. Mir doch egal. Ja. 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 Ich kann doch nicht noch eine Oberschule bauen. Oh Mann. Ihr werdet alle viel zu clever. Das ist nicht gut. Man muss die Leute dumm halten. So wie die Regierung das macht. In dem Fall bin ich ja die Regierung. Wo setze ich die denn mal hin? Da so. Ja. Kapazität auf 9000 gestiegen. Gut. Noch 300 Leute mehr. Und wieder nicht genug. Ja. Hier sind schon 4 von den Grundschulen. Ich kann da nicht noch eine hinsetzen. Das wäre lächerlich. Das geht nicht. Ich wollte sie jetzt einfach so setzen. Ich wollte es sagen und sie dann da setzen. Ich kann doch hier nicht noch eine Grundschule hinsetzen. Das wäre lächerlich. Ist da eine Stromleitung? Wer hat denn hier noch eine Stromleitung sitzen? Direkt weg. Die Stromleitung muss weg. Die ersetzen wir mit einer Grundschule. Bam, bam, bam. Gebildete Bürger produzieren ja auch weniger Müll. Dann haben wir hier direkt wieder Platz für dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Bam, 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 bam. Da noch ein bisschen Wohngebiet rein. Gut, gut. Was haben wir hier für ein Problem, meine Damen und Herren? Kranke Bürger. Kranke Bürger. Kranke Bürger? Kranke Bürger? Kranke Bürger? Oh, oh, oh. Ernsthaft? Achso. Ja, gut. Ihr wohnt aber auch direkt hier, wo es nicht so geil ist. Kann man ja auch mal sagen. Ja, oh, oh, ja. Da wohnt, oh, das aber. Die Uni ist auch da. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr hier mal wegzieht? Und dann stattdessen, die paar, ne, ah, nein, oh Gott. Ein paar Bürogebäude entstehen. Wäre nicht so schlecht, ne? Nicht so schlecht. Ha, Meister der Überleitung. Wäre auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, eine Folge mache ich jetzt noch. Wie spät ist es? Neun, ne? Ja. Ja, eine Folge mache ich noch. Komm. Wird mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich werde dann wohl ein kleines bisschen anteasern jetzt hier. Hier bin ich jetzt eigentlich soweit zufrieden und auch soweit fertig. Neues Gebiet kann ich ja auch noch kaufen. Muss ich mal gucken. Wo ich denn da hin expandiere? Vielleicht noch gar nicht, weil eigentlich habe ich ja noch genug Platz hier, den ich ausnutzen kann. Und genau das werde ich tun. Ich werde mich um den Hafen kümmern, der dann hier hinkommt. Und für den Hafen braucht man ja auch noch so ein bisschen Arbeiter, denke ich mal. Und deswegen kommt hier das nächste bisschen Siedlung hin. Wird ja auch ein bisschen gefordert. Eine Million habe ich fast. Eine Million habe ich fast. Alter. Ich rufe mir schnell vor. Bei einer Million machen wir Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wird mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt. City Skylines mit mir, dem Dre hier auf dem Kanal. The Northern Way of Life. Wo bleibt die Million? Und... Sag mal. Alter. Ich mache doch 21.000 die Woche. Und 999.000. Eine Million. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Oder schauen wir in realize. incrbuat. Aus. Aus. Untertitelung des ZDF, 2020